Tja, liebe Freundinnen und Freunde, das war ein guter Schönen. Und weiter geht's. Hier habe ich wieder eine kleine Liste. Ich habe euch wieder ein paar Bücher mitgebracht, die ich euch wärmstens als Herz legen möchte, die für mich selber Leseentdeckungen waren und vor denen ich glaube, sie könnten euch gefallen und man sollte sie mal gelesen haben. Vielleicht kennt ihr sie schon. Wenn nicht, wäre es eine Anregung für euch, wenn ihr sie schon kennt, man kann Bücher auch ein zweites Mal lesen. Also, in diesem Sinne viel Spaß. Das wahre, gute, schöne. Literatur und Leben mit Markus Grimm. Hier, guckt euch das mal an. Mary Shelley Frankenstein. Oder der moderne Prometheus. Ja, nicht wahr, was soll man da zu sagen? Das ist einer von diesen Fällen, wo die Verfilmung eines Buches dem Buch nicht unbedingt zum Vorteil gereicht hat. Zumal, wenn dann irgendwie so ein Selbstlack was raus wird und eine Verfügung nach der anderen rauskommt und wenn dann auch noch die literarische Vorlage in einer bestimmten Weise auch deformiert wird, bis dahin, dass im kollektiven Sprachgebrauch Frankenstein der Name der Kreatur ist, die dahin steht. Also, ist klar, es gibt einen Wissenschaftler, das ist so das Vorbild des Mad Scientist gewissermaßen, der sich in den Kopf gesetzt hat, müsse doch Menschen schaffen können. Und das tut er dann auch. Das ist die Kreatur. Er bastelt dann einen Menschen aus Leichenteilen zusammen, belebt den. Aber das ist nur der Anfang des Ganzen. Dann geht die Geschichte im Grunde erst richtig los. Frankenstein ist aber der Name des Wissenschaftlers. Dr. Frankenstein, der da in Ingolstadt übrigens studiert oder Professor ist, ich weiß nicht genau. Ingolstadt spielt jedenfalls eine Rolle. Die Kreatur hat gar keinen Namen, es ist nur die Kreatur, das Geschöpf. Oder der moderne Prometheus, der das Feuer zu den Menschen bringt, der alte griechische Prometheus. Und hier im Grunde jemand, der neu den Menschen, im Grunde neu schafft. Prometheus schafft den Menschen. Hier schafft er den neuen Menschen. Prometheus, der neue Prometheus. Mary Shelley ist natürlich auch eine super interessante Biografie. Wir sind also jetzt hier in der englischen Romantik, also Anfang der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und dieses Buch ist entstanden, also die Geschichte von Frankenstein, ist aus einer Laune heraus entstanden. Im Vorwort erklärt die Autorin auch selber, wie es dazu gekommen ist. Im Sommer 1816 besuchten wir sie mit ihrem Mann, im Sommer 1816 besuchten wir die Schweiz und wurden Nachbarn von Lord Byron. Zuerst verbrachten wir unsere Musestunden auf dem See oder auf Spaziergängen und so weiter und so weiter. Lord Byron arbeitet gerade am dritten Gesang von Childe Harold und die sitzen dann eben da zusammen und eines Abends kommt so die Idee auf, wir könnten doch jetzt mal so ein bisschen unheimliches Wetter draußen oder so irgendeine Spukgeschichte mal irgendwie erfinden. Und da kommt dann eben Mary Shelley mit dieser Geschichte ums Eck. Ich meine, das ist ja eine epochale Geschichte, das ist eine Epochengeschichte. Die Geschichte des Menschen, der meint, er könne den Menschen neu schaffen. Also nicht wahr, ist klar. Das Ganze geht fürchterlich schief und zwar wirklich fürchterlich. Man muss es aber lesen, um das würdigen zu können. Nämlich die Erzähltechnik ist, das ist natürlich, ist ganz wunderbar. Wir haben verschiedene Schichten, es gibt eine Briefebene, wo jemand berichtet über eine Begegnung mit dem Frankenstein, schon am Ende der Geschichte, wo Frankenstein irgendwo unterwegs ist und nach der Kreatur sucht und fahndet und so weiter. Dann geht es in die Geschichte von Frankenstein selber hinein, aber dann hat für einen großen Teil dieses Romans die Kreatur selber das Wort. Das ist das Bemerkenswerte dran. Das kann natürlich keine Verfilmung leisten. Die kann ja nur immer den Plot runterfilmen. Wenn sie das tut, ist es schon mal super, nicht wahr? So. Und es gibt auch keine wirkliche Liebesgeschichte da, so Frankensteins Braut oder alles, was man drüber gehört hat, kann man alles mal vergessen. Die Kreatur ist eine unglaublich tragische Figur. Sie ist ins Leben hineingeworfen. Ihr Schöpfer merkt, als sie da ist, was sie für eine grauenvolle Kreatur geschaffen hat und lässt sie allein, lässt sie gehen. Das ist natürlich auch ein Weltgefühl, nicht wahr? Vom Schöpfer verlassen. Und jetzt sucht die Kreatur irgendwie ihren Sinn. Warum ist in dieses Dasein geworfen und so weiter und erkennt, was geschehen ist mit ihr im Laufe der Zeit und fängt an, sich zu rächen. Also die ist extrem tragisch und auch extrem abstoßend. Und das beides zusammen, das ist eine ganz hohe literarische Kunst, die hier Mary Shelley hier geleistet hat. Also das ist weit mehr als ein Schauerroman, nicht wahr? Sondern wenn man nur den Namen kennt, nicht wahr? Oder Filme oder sowas, dann ist es fast eine Verpflichtung, das Buch zu lesen, damit man wirklich weiß, was die Frau da geschrieben und geleistet hat. Was man auch gar nicht übersetzen kann. Soll man mit der Kreatur jetzt Mitleid haben oder nicht? Oder mit Frankenstein? Es spielt auf allen Ebenen. Es ist nicht klar. Das eine ist gut, das andere ist böse. Frankenstein wollte ja auch nichts Böses. Er dachte ja auch, es ist toll, was er macht. Und so weiter. Und dann muss er aber mit den Konsequenzen leben. Also es gibt wenig an Literatur, was moderner ist, in Bezug auf aktuelle gesellschaftliche Themen, auch gerade in Bezug auf technische Machbarkeit, technische Umsetzbarkeit von Naturwissenschaftserkenntnissen. Hier, Hermann Hesse tatsächlich, man glaubt es kaum, ist auch dabei. Und zwar die Geschichte von Unterm Rat. Unterm Rat spielt in einer Klosterschule in Maulbronn. Der Protagonist heißt Hans Giebenrath. ist der Sohn eines bürgerlichen Menschen namens Josef Giebenrath, der seinen Sohn dahin schickt. Und das ist im Grunde der Rahmen für die Ereignisse, die sich abspielen. Der Junge erwacht zu sich selber, kommt natürlich in Konflikt mit den Umständen, mit diesem ganzen Schulbetrieb und so weiter. Dann gibt es eine unglückliche Liebesgeschichte und er kommt unters Rat gewissermaßen. Im Einzelnen müsst ihr es lesen, ist klar. Hermann Hesse selber kommt ja aus Kalf, ist also Württemberger gewesen, Württemberger Schwabe gewesen, ist 1962 gestorben, Ende der, in den 80ern, glaube ich, eben des 1900s geboren, war Missionarssohn, kommt also aus einem religiösen Hintergrund, war selber in dem Konvikt in Maulbronn, über das er schreibt. Und nun ist es ja bei Hermann Hesse so, dass öfter mal das Biografische reinspielt, gerade in seine Romane, weswegen ich mit den Romanen von Hermann Hesse auch oft nicht so ganz warm geworden bin, weil ich es oft zu deutlich fand, dass hier Biografisches verhandelt wird oder bearbeitet wird oder weggearbeitet wird oder irgendwie so. Das hat mir oft missfallen. Witzigerweise hat Hermann Hesse selber sich ja eher als Dichter verstanden. Es gibt ja das berühmte Gedicht Stufen von ihm zum Beispiel. Aber es gibt eben, das war mir auch gar nicht so im Bewusstsein, hier richtig viele Gedichte. Ich habe jetzt ein Gedichtband eben unlängst geschenkt bekommen, voller Gedichte von Hermann Hesse, von denen ich viele Klasse finde. Ich kann es nicht anders sagen. Und unterm Rat, obwohl auch das erkennbar biografische Bezüge hat, ist es anders. Das hat mich nicht gestört, zu wissen, dass hier Erfahrungen des Autors selber eingeflossen sind, weil es so eine große Einfachheit hat und weil die Figur, um die es hier geht, dieser Hans Giebenrath, doch so erstaunlich, er ist einfach ein sympathischer junger Mann, der irgendwie versucht, über die Runden zu kommen, der irgendwie versucht zu überleben, der offenbar auch zu sensibel ist für das, was ihm da zugemutet wird und damit irgendwie umgehen muss und wie gut das geht oder nicht geht, erfährt man, wenn man es liest. Also unterm Rat ist ein Buch, was einen, falls ihr auch Probleme haben solltet mit Hesse oder so, was einen mit Hesse wirklich versöhnen kann oder was einen an Hesse ranführen kann. Hier, Gustav Meyrink, der Golem. Meyrinks Golem gehört zu den besten Werken seines Genres. Wie seine Vorbilder E.T. Hoffmann und E.A. Edgar Allan Poe lässt Meyrink das traumhafte schon in der Alltagswelt beginnen, Realität und Überwirklichkeit fließend ineinander übergehen, Erfahrungen im Grenzbereich der Seele und so weiter. Gustav Meyrink war Österreicher, hieß eigentlich mit bürgerlichem Namen, glaube ich, tatsächlich Gustav Meier oder irgend so wie. Und Meyrink war dann irgendwie so der Dreh zum künstlerischen Namen hin. Von Gustav Meyrink gibt es so ein paar so merkwürdige Romane, Das grüne Gesicht, nicht wahr, oder Der Engel vom westlichen Fenster und so weiter und Der Golem. Der Golem spielt in Prag und da ist diese Figur ja auch beheimatet. Der Golem ist eine traditionelle jüdische Figur. Der Golem ist ein Wesen, was in den Straßen Prags lebt, umhergeht, von riesenhafter, hüdenhafter Gestalt. Er ist geschaffen worden von einem Rabbi, um die Juden da zu beschützen. Er ist der Schutzgeist der Prager Juden. Und aus dieser Figur, aus der Schnittstelle von Religion, Mythologie, Legende, Sage, da macht jetzt Gustav Meyrink was völlig anderes. Der Golem selber, das ist wirklich unglaublich, nicht wahr, tritt in diesem Buch gar nicht auf. Er kommt gar nicht vor. Aber er ist im Grunde immer irgendwie im Schatten, im Hintergrund. Das Prager Ghetto als solches spielt eine sehr prominente Rolle. Und das Prager Ghetto ist im Grunde der Golem. Und da gehen eben auch merkwürdige Dinge vor sich. Dinge, die man gar nicht versteht. Also es sind so viele rätselhafte Dinge, die man gar nicht versteht. Dieses Buch lebt aber von der Stimmung hauptsächlich. Und das ist eine ganz, also wenn man was wissen will, glaube ich, und Geschmack bekommen will, von dem alten Prag zu einer bestimmten Zeit, nämlich gerade so um die Jahrhundertwende, vom 19. zum 20. Jahrhundert, zu einer Zeit, wo auch der Prager Kreisjahr, Kafka, Brot, später dann Werfel und Rilke und so weiter. Und Meirink eben auch. Wo die da zugange waren, da hatte Prag eine ganz bestimmte Stimmung. So kommt es mir vor. Und wenn man davon Geschmack kriegen will, dann sollte man den Golem lesen. Es ist, Gegenwart und Vergangenheit greifen da so ineinander. Also ganz eine alte, eine tief alte Vergangenheit, die da in den Gassen auch des Ghettos lebt. Und aber auch die moderne, die gegenwärtige Zeit. Und der Held ist tatsächlich nämlich auch ein gegenwärtiger Mensch. Athanasius Pernat heißt er. Ist aber eben das lyrische Ich. Ich glaube, durch den ganzen Roman ist aber das lyrische Ich erzählt also. Ja, und das ist es im Grunde schon. Der Golem ist eines dieser Bücher, die man nicht übersetzen kann. Also ihr versteht, was ich meine. Man kann sie in andere Sprachen übersetzen. Aber man oder ich jedenfalls vermag nicht, und ich habe das Gefühl, man sollte es auch gar nicht versuchen oder sollte es auch gar nicht tun, das zu übersetzen auf irgendeine Bedeutungsebene. Es geht um irgendwas anderes. Es geht natürlich um eine Suche. Hier sucht eben der Protagonist nach etwas, aber letztendlich sucht er vermutlich nach sich selber. Und man kann nicht genau sagen, ob er sich am Schluss findet. Irgendwie findet er sich oder vielleicht auch nicht. Oder vielleicht geht es auch um etwas ganz anderes. Man weiß es nicht. Und trotzdem, man kann das Buch nicht aus der Hand legen. Ich weiß noch, als ich es damals gelesen habe, das erste Mal, wahrscheinlich so in den späten 90er oder so, dachte ich, Terry Gilliam, ihr wisst, Terry Gilliam, nicht wahr? Einer von den Monty Pythons. Das müsste Terry Gilliam verfilmen. Terry Gilliam, der Brasil geschaffen hat oder diesen Münchhausen-Film geschaffen hat oder Time Bandits oder Twelve Monkeys. Und ich hatte wirklich das Gefühl, das wäre ein Sujet für einen Terry Gilliam. sehr bildhaft, bildlastig, bildgewaltig, bildmächtig, sehr atmosphärisch, dicht, äußerst spannend zu lesen, obwohl man gar nicht mal richtig sagen kann, was ist da eigentlich los? Und dann ganz rätselhafte Figuren eben oft. Also wenn man irgendwie so für einen, wie soll ich sagen, für einen ruhigen Abend, wo man das gerne in Kauf nimmt, das auch mal irgendwie gestalten aus den Schatten der, aus den Zimmerecken auftaucht, also wo man so ein angenehmes, ja gruseln ist zu viel gesagt, so eine angenehme, diffuse Stimmung, wo man, ja, wo man es gerne mal möchte, dass die, die Grenzen des Alltäglichen, das einen immer so scharfkantig und so glatt und, nicht wahr, umgibt, wo sich die so mal ein bisschen auflösen, dann muss man den Golem lesen von Gustav Meyrink. Und das letzte hier, Michelangelo von Irving Stone, Michelangelo ist der deutsche Titel, im Original heißt es The Agony and the Ecstasy, Agonie, die Agonie und die Ekstase. Worum geht's, ja, dreimal dürft ihr raten, nicht wahr, um Michelangelo, den Bill Tower. Dieser Roman ist von der Mitte, aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Irving Stone hat mehrere so Künstlerromane geschrieben. Dieser Roman wurde verfilmt als Hollywood-Film, eben, das ist eben der Ritterschlag, nicht wahr, das wusste ich aber nicht zu dem Zeitpunkt, als mir das Ding hier in die Hände gefallen ist. Ich kann nicht mal mehr rekonstruieren, wie es mir in die Hände gefallen ist. Ich weiß, dass das bei mir aber eingeschlagen ist wie eine Bombe. Es war ein Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mir selber Theaterstücke zu schreiben, historische Solo-Theaterstücke zu schreiben, wo historische Figuren eben aus ihrem Leben erzählen oder über ihr Leben gespielt wird und erzählt wird und so weiter. Und ich war gerade in der Vorbereitung eines Solo-Theaterstückes aus Anlass von einem Stadtjubiläum über Tilman Riemenschneider und habe irgendwie in dem Zusammenhang, kurz vorher oder währenddessen ist mir dieser Roman da in die Hände gefallen. Und mir war irgendwie so, als hätte ich die einzig mögliche, gültige Künstler, eine Biografie stirbt nicht, den Künstlerroman, den Künstlerroman gefunden. Mittlerweile habe ich auch noch andere Künstlerromane gefunden, von anderen Autoren, aber der hier hat mir das Auge geöffnet und auch das Herz geöffnet für dieses Genre, historischer Künstlerroman. Ich konnte mit historischen Romanen bis dahin jetzt nicht so super viel anfangen oder so, weil mir die halt oft auch so fiktional vorkamen. Und ich immer so das Gefühl hatte, naja, wie kann der Autor, das klingt mir alles zu modern, was da in diese historischen Epochen da rein fantasiert wird und so weiter. Hier nicht. Hier liegt äußerst gründliche Recherche zugrunde und was noch wichtiger ist, ein äußerst gründliches sich hineinleben und hineinempfinden in die Kunstwerke von Michelangelo. Also der Versuch, den man für gelungen erklären muss, sich befreundet zu machen, bekannt zu machen, der Versuch des Autors, klar, bekannt zu machen, befreundet zu machen mit dem Menschen, um den es hier geht und ihn von innen raus zu erfüllen, zu begreifen oder, ja, verstehen will ich nicht sagen, das klingt ja so rational, sondern mitzuleben, in dem zu leben und der Autor lebt mit und das überträgt sich unmittelbar auf den Leser, du lebst da mit. Und es ist nicht nur, dass die Lebensgeschichte äußerst spannend ist und mit voller Verwerfungen ist und allein deswegen liest man schon gerne, weil es, ja, es hat eben diesen Lesezug, so. Das Zweite ist eben, dass man erfährt, aus der Innenperspektive gewissermaßen, obwohl es ein Autorialer Erzähler ist, wie sind die Dinge entstanden? Also gerade so prominente Kunstwerke, Sixtinische Kapelle oder was, ja, oder auch der David, der da in Florenz steht, oder hier von der Tabakgebilde der Moses aus San Pietro in Vincoli, aus Rom. Wie sind die Sachen entstanden? Und das ist wirklich unglaublich, ja, weil man den Arbeitsprozess, also man erlebt das Leben mit, aber auch den Arbeits- und Schaffensprozess dieses Michelangelo, Buonarroti, auch Neuentwicklungen, Neuentdeckungen, wenn er etwas Altes hinter sich lässt und einen Schritt weiter geht in seiner künstlerischen Entwicklung und so weiter und so weiter. Also das ist wirklich unglaublich und es ist gleichzeitig noch ein Sittengemälde der Zeit, ja, also das ist wirklich Literatur vom Feinsten, die sowohl unterhält als auch bildet, aber eben nicht nur bildet im Sinne von, ich war, ich lerne ein paar Jahreszahlen kennen, nein, sondern man fängt an zu verstehen, was geht in Menschen vor, was lebt in so einer historischen Epoche eigentlich und merkt, wie nah uns das ist und gleichzeitig wieder fremd, ja, also Michelangelo von Irving Stone, das ist der Künstlerroman, den man gelesen haben muss. Tja, und das war's schon wieder, das waren die nächsten paar Bücher, die ich euch mitgebracht habe.